Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute mit dem Thema Durch das Chaos auf die nächste Stufe. Eigentlich die Antwort auf die Frage, warum gerade alles so krass und chaotisch ist bzw. erscheint. Ich habe ein ganz wunderbares Interview gesehen mit dem Matthias Forster aus der Schweiz und habe ja selber auch schon mal ein Video gemacht, wie es sich in den kümatischen Klangfiguren verhält. Und zwar ist es so, dass halt eigentlich jede Organisation, wenn sie in ein höherfrequentes Muster überwechselt, kurzzeitig einen Zustand des Chaos erreicht und dann aber halt eben eine neue Organisationsform ausprägt. Man sieht es sehr gut bei den kümatischen Klangfiguren. Ich werde auch noch mal ganz kurz mit dir durchgehen. Und ja, auch in der Natur ist es so, der Matthias Forster bringt ja gern das Beispiel mit dem Schmetterling. Dass da halt eben letztendlich die Zellen, also die neuen Zellen des Schmetterlings erstmal innerhalb dieser Raupe arbeiten und das Immunsystem der Raupe vorerst gegen diese neuen Zellen mit diesem neuen Bewusstsein noch arbeitet und irgendwann halt dieses alte System kollabiert und diesem neuen System dann halt eben Raum gibt. Darum soll es in diesem Video gehen. Ich will es dir nochmal vorstellen, einfach auch um dir und allen anderen Menschen so ein bisschen Kraft zu geben, die sich gerade so ein bisschen verloren fühlen. Mir schreiben immer noch Menschen, ich habe so Angst vor allen möglichen Szenarien. Und ich persönlich glaube, man sollte natürlich immer mit Respekt sich das alles anschauen, aber Angst ist nun wirklich nicht das, was man haben sollte. Ich glaube sogar, dass es das große Ziel ist in den Medien, dass Angst eben verbreitet wird, um dann halt eben bestimmte politische Maßnahmen zu rechtfertigen oder die Leute halt nicht sozusagen zum Nachdenken anzuregen. Aber wenn man mal eine Stufe weitergeht und halt schaut, hey, eigentlich hat sich schon vieles verändert. Im Hintergrund hat sich die Frequenz verändert. Dann ist halt klar, dass das, was wir erleben, ein Übergang ist zu einer höher frequenteren Stufe. Das versuche ich dir in diesem Video einfach mal näher zu bringen oder halt auch zu zeigen. Wir gehen mal zu der Kymatik. Die Kymatik ist die Studie des sichtbaren Klangs. Hat mal angefangen mit Ernst Kladni, einer der ersten westlichen Wissenschaftler, die halt eben dieses Phänomen studiert haben. Er hat Sand auf Metallplatten verteilt und hat dann mit einem Geigenbogen diese Platten zum Schwingen gebracht und hat halt gesehen, aha, jeder Ton hat ein spezifisches Muster. Und je höher der Ton, desto komplexer wird das Muster. Aber halt eben auch, wenn halt eben kein genauer Ton ist, also der Übergang zwischen den Tönen, da ist der Sand halt immer chaotisch verteilt. Und er findet dann aber sofort in eine neue Form zurück, sozusagen, sobald der nächst höhere Ton erreicht ist. Ich habe ja auch noch andere Videos. Es gibt ja dieses extrem sehenswerte Video Kymatics von Nigel Stanford. Kann ich dir nur empfehlen, wo man halt eben wirklich sieht, wie bestimmte Materialien immer wieder Formen annehmen, die sich halt eben an diesem Ton orientieren, am Klang. Hans Jenny hat das später weitergeführt und auf Flüssigkeiten übertragen, vor allem auf Wasser oder halt auch auf Wasser mit Maisstärke und hat damit dann halt eben den Begriff Kymatics letztendlich geprägt, also die kymatischen Klangfiguren, und hat halt eben gezeigt, je höher die Schwingung einer bestimmten Frequenz ist, desto komplexer ist das Muster. Und eine ganz wichtige Sache können wir halt eben ableiten, dass diese Vibration die Materie in komplexe Formen bringt, die aber aus relativ einfachen, wiederholten Wellen sind. Also die Materie, alles in der Materie, ordnet sich anhand im Hintergrund befindlicher Frequenzen zu Mustern, die halt aus Grundform sozusagen gebildet werden. Und je höher die Frequenz, desto komplexer das Muster. Und immer zwischen diesen einzelnen Muster gibt es einen Zustand des Chaos. Ja, hier nochmal so ein paar Bilder von den kymatischen Klangfiguren. Es ist halt auch klar, Klang oder auch diese Frequenzen, das sind jetzt also schon sichtbare Kräfte. Also wir können jetzt Klänge sichtbar machen, aber sie sind jetzt nichts Greifbares und doch haben sie halt eben eine Auswirkung auf die dreidimensionale, feste Materie, sage ich mal. Ja, also ganz wichtig, Frequenzen können in Materie Ordnung generieren. Ja, und das ist ja nun das, was wir seit Monaten, seit Jahren immer wieder hören von allen möglichen Astrologen, allen möglichen Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, die halt sagen, dass das Muster im Hintergrund, die Grundfrequenz hat sich verändert. Also die ist einfach in eine höhere Frequenz übergegangen. Und das merken wir auch. Also dieses Grundmuster schwingt höher. Und das ist für viele Menschen auch spürbar. Ich hatte damals ein Interview mit Sunny und der hat was ganz Schönes gesagt. Er meinte, es ist eine Membran entfernt worden. Und deswegen sind auch bestimmte Themen auf einmal Menschen zugänglich. Also sie werden interessant. Es ist wie, wenn man einen Vorhang hochnimmt und dann ein größerer Bereich sichtbar wird. Dann sind erst mal die ersten Menschen, die sagen, ach, was ist denn hier? Das ist interessant. So die Pioniere, die Vorläufer, die dann das Gelände erkunden. Und nach und nach gehen immer mehr Menschen da rein. Und genau sowas ist halt eben passiert, als metaphorisches Bild sozusagen, dass wir halt eben einen größeren Bereich wieder zugänglich haben. Wichtig finde ich, dass man halt eben dieses Verständnis mitbringt, dass wir halt eben dadurch, dass sich im Hintergrund, in der Hintergrundfrequenz etwas verändert hat, natürlich auch eine gewisse Zeit berücksichtigen müssen, dass diese Frequenz sich halt eben auch in der langsam schwingenden, in der harten, festen Materie auch manifestieren muss. Und das bedeutet, wir haben eine Übergangsphase, die, wenn man es jetzt mal auf die Kymatik überträgt, mit einem chaotischen Muster einhergehen muss. Also bis wir praktisch geschafft haben, dass die Materie sich angepasst hat an dieses neue Schwingungsmuster, können wir damit rechnen, dass es halt eine gewisse chaotische Übergangsphase geben muss. Und das ist nun mal eben genau das, was der Matthias Forster aus der Schweiz behauptet. Vorher will ich dir noch ein Zitat mitgeben von Jeff Folk. Also erst mal, wie gesagt, das Chaos tritt auf, wenn Materie jeglicher Art auf der Grundlage der neuen Frequenz in eine neue Form gebracht wird. Also das ist halt das, was er erforscht hat. Die Materie ist so konzipiert, dass sie sich aus dem Chaos in die Form bewegt und umgekehrt ein nie endender Zyklus, der auf allen Ebenen von unseren Zellen bis zu unserem Universum sich ständig wiederfindet. Ganz wichtig. Und ein Zitat jetzt mal von diesem Jeff Folk, der das erforscht hat, der sagt, wenn man einmal objektiv beobachtet hat, wie sich eine stabile Struktur im Chaos auflöst, sich dann aber in Sekundenschnelle wieder zu einer komplexeren und feingeordneten Form zusammensetzt, dann kann man beginnen, seine eigenen turbulenten Umstände etwas objektiver als einen zielgerichteten Entwicklungsprozess zu betrachten, der zu mehr persönlicher Gelassenheit und Kohärenz führt. Das waren jetzt alles Forscher, die das aus der Welt des Klangs und der Frequenzen auf das Materielle angewendet haben. Aber das ist ein universales Gesetz. Es gilt also auch für soziale Strukturen, also auch für soziale Organisationen, eigentlich für alles im Universum. Und da sind wir Menschen nun mal ein wichtiger Teil von. Und das bedeutet, dass, und jetzt kommen wir zum Matthias Forster, halt eben beobachten können, dass auch wir von einem alten Muster auf ein neues Muster uns hinbewegen und uns gerade in einer Übergangsphase befinden, die aber halt eben, ja, als was Konstruktives bewertet werden kann, wenn wir halt eben dieses Verständnis mitbringen, dass halt eben alles zwischen diesen festen oder halt, ja, schön ausgeprägten Strukturen eben immer eine kurze Chaosphase sozusagen hat. Und erst mal danke an Diana von Tage wie diese, die mich auf dieses Video gebracht hat und der Matthias Forster, der sagt dazu, also der ist Geschäftsführer der Bio-Stiftung Schweiz, der sagt dazu, die Metamorphose der Raupe zur Puppe, zum Schmetterling, ist, was wir eigentlich eins zu eins anwenden können für den Transformationsprozess im sozialen Organismus und dessen, was jetzt gerade auch in dieser Welt geschieht. Wenn sich nämlich die Raupe verpuppt, dann ist das so, dass da im Inneren dieser Puppe etwas geschieht. Nämlich, dass sich da die alte Form auflöst und dann plötzlich tauchen die ersten Schmetterlingszellen auf. Die haben eine höher schwingende Frequenz. Die haben sozusagen ein neues Bewusstsein als halt eben, ja, das, was da halt eben vorher sich verpuppt hat. Und was geschieht jetzt? Die alten Raupenzellen fressen zunächst die neuen Schmetterlingszellen auf. Also das alte Immunsystem erkennt halt, oh, das ist etwas Neues und arbeitet erstmal dagegen an. Obwohl sie Teil des gleichen Wesens sind und dadurch einen Teil seiner Zukunft jetzt eigentlich schon repräsentieren. Und jetzt kommen aber immer mehr von diesen Schmetterlingszellen. Das Raupenimmunsystem geht gegen diese vor und frisst diese Zellen auf, geht gegen die an. Es kommen aber immer mehr Schmetterlingszellen, weil es ein natürlicher Prozess ist. Und jetzt beginnen diese Schmetterlingszellen Cluster zu bilden. Also sie verbinden sich mit anderen Schmetterlingszellen und deswegen entstehen eben überall ja diese zusammengefügten, ja, vereinigten Schmetterlingszellen, die halt eben nicht mehr einzeln irgendetwas bewirken wollen und es nicht schaffen, sondern halt eben in einer Gemeinschaft deutlich stärker und organisierter sind. Das bedeutet, das alte System bekämpft das Neue. Und das Neue kämpft aber nicht gegen das Alte, sondern es potenziert sich durch dieses Clustering, in dem sich zusammenfügt und halt einfach neue Aufgaben und eine neue Stärke übernimmt und gewinnt. Und eines Tages kollabiert das Immunsystem der Raupe und dann geht es ganz schnell. Dann gibt es nur noch Schmetterlingszellen. Dann entwickelt sich ein neues Bewusstsein, aber die neue Form ist dann immer noch nicht da. Dann ist immer noch ein Teil des Alten sozusagen, auch wenn es ja nicht mehr lebendig ist da, aber auch das ist immer noch ein wichtiger Schritt in diesem Prozess. Das heißt, die Hülle der Puppe hält dann dieses neue Bewusstsein zusammen, solange bis durch einen inneren Prozess die neue Form ausgereift ist und dann verhärtet die alte Form. Und das ist ganz wichtig. Wenn die alte Form nicht verhärten würde, könnte der Indruck des Schmetterlings die eben auch nicht sprengen. Und das ist auch wichtig. Der Schmetterling, dem darf man halt in diesem Prozess nicht helfen. Man darf nicht eingreifen. Der Schmetterling braucht genau diese Anstrengung, sich aus dem Widerstand der alten Hülle herauszuarbeiten, um an diesem Widerstand die Kraft zu entwickeln, die er braucht, um halt eben nachher fliegen zu können. Sprich, um halt eben die Freiheit erlangen zu können. Also, dass er halt Stärke aufbaut für dieses Level, für diese Frequenz, für dieses Leben, was er halt eben braucht. Und das passiert halt eben dadurch, dass er halt eben ja diesen ganzen Prozess durchläuft. Und er sagt halt auch, ja, das Fazit Verhärtungsprozesse sollte man halt eben würdigen oder als auch konstruktiven Teil des gesamten Prozesses ansehen und sie auch als Möglichkeit des Wachstums und der Reife betrachten. Also, das Ganze hat halt eben in dem Sinne einen Sinn, auch wenn, ja, halt das Chaos immer wieder propagiert wird und natürlich sich gerne die Medien immer auf niederfrequente Muster stürzen, einfach weil sich damit hat auch mehr Schlagzeilen machen lassen. Aber das bedeutet nicht, dass halt alles immer schlechter und immer schlechter wird und man sollte sich auch nicht darauf fokussieren, sondern man sollte halt wirklich verstehen, es gibt einen konstruktiven Hintergrund, den ich halt auch sehe und auch immer wieder Versuche darzustellen und auch hier findet man halt immer wieder diese Analogien, um halt eben wirklich festzustellen, hey, geh nicht in den Widerstand, sondern baue deine Kraft auf und kämpfe nicht gegen irgendetwas, also was du ja dann sogar dadurch auch noch stärkst und mit deiner Kraft versorgst, sondern bilde neue Organisationen, aber halt eben mit dem, was du gut kannst, wo deine volle Kraft drin ist, was du stark machen möchtest, was dann halt eben ja schon das erste Licht ist sozusagen für das, was sich in der Zukunft halt eben stärker ausprägen wird, ja, das ist halt auch das, was ich mache, deswegen habe ich aufgehört, Nachrichten zu schauen, deswegen habe ich aufgehört, Videos über die geopolitische Lage zu machen, über die ganzen Lügen in Politik und Medien, weil es bringt nichts, es ist ein altes System, was mehr oder weniger den Bach runter geht und natürlich einen riesen Krach macht beim, also, ja, bei der Übergangsphase, will ich einfach mal sagen, aber es ist nicht damit geholfen, diesem System Kraft zu geben, auch wenn viele meiner YouTube-Kollegen das machen und super viele Klicks und ganz schlimm, was alles passieren wird, deswegen habe ich damit aufgehört, deswegen versuche ich eben, ja, eher in das Neue reinzugehen und da, ja, etwas Neues zu erschaffen und etwas Neuem auch Kraft zu geben, was aus meiner Sicht deutlich sinnvoller ist, ja, jetzt weißt du es, also, vielen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen, ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, auf deinen Kommentar, schreib mir unten in die Kommentare, folg mir auch gern auf Telegram, habe ich auch unten meinen Telegram-Kanal verlinkt und ansonsten, ja, danke für alle Kommentare, danke fürs Zuschauen, danke an alle, die mich unterstützen und wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos, wieder, mach es gut und bis zum nächsten Mal, ciao, dein Kai Brenner.